Guten Morgen zu Albers täglicher Sportstunde. Heute ist Stefan wieder da. Hallo. Und ich, Emilia, ich bin auch dabei. Wir haben eine neue Woche. Heute reisen wir irgendwo hin oder erfahren, wo die Reise hingehen soll. Wir sind schon total gespannt. Aber bevor es wirklich richtig, richtig losgehen kann, müssen wir erstmal ganz doll abzappeln. Vielleicht schlafen Mama und Papa noch, vielleicht sind die Nachbarn noch nicht ganz wach, aber das ändern wir jetzt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Seid ihr auch bereit? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Es ist Montag. Zappelt mit uns ab. Und es geht weiter. Wieder die eine Woche. Ja, so geht's. Macht die Fenster auf. Begrüßt alle. Aber die Nachbarn nicht vergessen. Ist eure Mama schon wach? Ist euer Papa schon wach? Wieder laut sein. Kommt. Wuhu. Es ist Montag. Wuhu. Und eine Runde noch. Wir wollen uns hinsetzen. Ihr zu Hause auch. Ganz kurz durchschnaufen. Wir wollen guten Morgen sagen. Oh, Mensch. Das war ein guter Start. Ich glaube, das haben auch alle mitbekommen jetzt, oder? Auf jeden Fall. Sehr gut. Wir fangen mit unserer Sprache an, und zwar Deutsch. Und da müsst ihr jetzt aufpassen, okay? Ich bin immer noch außer Atem. Moin. 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 Sehr gut. Wunderbar. Das hört gar nicht auf. Die nächste Sprache, die hattest du, glaube ich, mal mitgebracht. Ich weiß noch, das war Habari. Aber wo kamen die her? Das ist Kiswahili. Das kommt aus Afrika und wird da aber in verschiedenen Ländern gesprochen. Okay. Das machen wir dann als nächstes. Habari, okay? Habari. 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 Sehr gut. Dann Zeit für unseren Albatross, oder? Ja. Auf geht's. Wir stehen alle auf. So. Wir haben eine neue Woche, und das heißt natürlich auch, dass wir heute einen neuen Rhythmus lernen werden. Seid ihr bereit? Du auch? Ich hoffe es. Okay. Es geht los. Hacke, Hacke, springen, klapp, stampf, stampf, klapp. Okay. Ich versuche, nochmal zu machen. Hacke, Hacke, springen, klapp, stampf, stampf, klapp. 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 Einfach weitermachen. Oh, Albatross. Das ist da. Sehr schön. Super. Und du hast uns sogar wieder was mitgebracht. Sehr gut. Wieder mal. Dankeschön. Und das sieht wieder total... Was ist das? Hm? Aber eine Sache. Albatross, wir gehen auf die Reise wieder, oder? Okay, das wissen wir schon mal. Das ist ja bestimmt wieder irgendein Hinweis, wo es hingehen wird. Aber ist das schwer? Ist das leicht? Ist es schon relativ schwer. Wird es anstrengend, die Woche? Okay, gut. Dann haben wir schon mal zwei Sachen, die wir wissen. Ach. Ach, ich weiß. Es hat mich schon die ganze Zeit an irgendwas erinnert. Und ich glaube, ich meine, ist das nicht eine Blübberwulle? So sah die Blübberwulle aus, ja? Okay. Ich denke schon. Stimmt. Ja, wenn man die so hält. Ja, stimmt. Das ist eine Blübberwulle. Das ist eine Blübberwulle. Aber was bedeutet Blübberwulle überhaupt nochmal? Wo geht es denn hin? Das müssen wir, glaube ich, rausfinden die Woche. Ja, ich glaube auch. Aber du kennst doch ganz gute Spiele mit der Blübberwulle, oder? Ja. Wenn der Albatross nämlich sagt, es wird richtig anstrengend, dann brauchen wir natürlich auch ein Spiel, was uns da richtig gut drauf vorbereitet. Und für dieses Spiel brauchen wir jetzt entweder eine Blübberwulle oder einfach eine volle Flasche. Wichtig ist, dass sie voll ist. Okay? Wenn ihr die Flasche noch nicht habt, drückt einfach kurz auf Pause und holt die schnell her. Stefan, du brauchst auch noch eine, oder? Ich hole die auch ganz schnell. Und dann kann es losgehen. So. Bitte, Albatross. Für unser Spiel ist es ganz wichtig, dass ihr die Blübberwulle an einen Ort stellt, dass ihr noch genug Platz habt, um um die Blübberwulle herumzulaufen. Okay? Stefan und Albatross, ihr müsst ein bisschen Abstand von der Blübberwulle haben. Okay? Wir wollen nämlich immer zu ihr hinlaufen oder zu der Flasche hinlaufen. Das heißt, macht einfach ein paar Schritte, so vier oder fünf Schritte. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Und dann guckt mal, stellt euch vor, dass da eine Linie auf dem Boden ist. Das muss nicht wirklich da sein. Keine Linie einfach raufmalen. Und an dieser Linie wollen wir jetzt immer loslaufen. Okay? Wir haben jetzt gleich verschiedene Positionen, ganz verrückte Dinge, von denen wir loslaufen möchten, immer auf ein Signal von mir. Okay? Und das Signal heißt Hopp. Wenn ich Hopp sage, laufen wir so schnell es geht um unsere Blübberwulle zurück und setzen uns oder legen uns wieder hin, genauso wie wir auch gestartet sind. Was war das Wort nochmal? Hopp. Hopp. Okay. Okay? Wenn ihr auch bereit seid, dann können wir jetzt loslegen. Als erstes legen wir uns alle auf den Boden und zwar auf den Rücken. Okay? Eure Füße sind an eurer Linie dran und euer Kopf zeigt nach hinten und wir legen mal unsere Hände auf den Bauch. So, als hätten wir ein bisschen viel gegessen. Ja. Okay. Alle bereit? Hopp. Und ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Und wieder zurück, zurück, zurück. Und Händling. Super. So, jetzt dreht ihr euch einmal um. Alle zusammen umdrehen, auf den Bauch legen und die Hände sind auf dem Popo. Und los, 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 los. Und zurück, 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 zurück. Super. Okay. Wir setzen uns jetzt hin. Könnt ihr euch in den Schneidersitz setzen. Stefan, du kannst dich wieder umdrehen, sodass dein Kopf zu deiner Blüberwulle zeigt. Und wir nehmen mal unsere Hände auf den Kopf. Wer es jetzt richtig, richtig, richtig schwer haben möchte, der probiert mal, ohne seine Hände aufzustehen. Okay? Soll ich das probieren, Albatross? Du darfst alles benutzen, nur nicht deine Hände. Ich versuche das. Okay? Einfach probieren. Hopp. Oh, nicht schlecht, Albatross. Irre. Und schnell wieder hinsetzen. Super. Okay, wir legen uns auf den Rücken. Und ihr kennt ja noch das Spiegelei vom Frühstück. Wisst ihr noch, wie das geht? Das waren die Arme und Beine so hoch, ne? Genau. Wir nehmen die Arme richtig hoch, die Beine richtig hoch. Wir strecken alles bis zum Himmel. Und jetzt zappeln wir mal einen ab. Macht alle mit. Zappelt so doll, wie es geht. Und denkt dran, wer möchte, steht wieder ohne Hände auf. Hopp. Und schnell, 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 schnell. Und rum, und rum, und rum. Und weiter zappeln. Alle mit zappeln. Okay. So. Jetzt stehen wir mal auf. Alle aufstehen. Stellt euch wieder an eure Linie. Gucken, wo die ist. So. Jetzt müsst ihr ganz genau hinhören. Okay? Wir wollen jetzt auf der Stelle, natürlich hinter unserer Linie, so schnell laufen, wie es geht. Okay? Jetzt schon. Wir nehmen die Arme richtig mit. Wir nehmen die Füße richtig hoch. Und so schnell, wie es geht. Wenn ich jetzt gleich Hopp sage, berühren wir mit unserem kleinen Finger die Spitze von unserer Blübberwolle oder von unserer Flasche. Oh, das war gar nicht der kleine Finger. Das hier ist er. Und dann rennen wir so schnell, wie es geht, zurück. Okay? So. Ganz schnell auf der Stelle. Los! Albatross. Hast du das gehört? Das war ein Los. Genau. Wann laufen wir immer los? Bei Hopp, oder? Genau. Okay. Nochmal. Wir machen nochmal genau das Gleiche. So. Nochmal auf die Stelle. Und wieder mit dem kleinen Finger. Hap. Super gemacht. Jetzt hast du das gehört. Hip. Hopp. Super. Okay. Wir bleiben dabei. Wir laufen ganz schnell auf der Stelle. Wenn ich jetzt Hopp sage, drehen wir uns alle einmal im Kreis und laufen dann erst los. Und wir probieren mit unserem Fuß auf die Blübberwolle zu tippen. Okay? Okay. Alle bereit? Bereit. Los geht's. So schnell wie es geht auf der Stelle. Hopp. Super. Sehr schön. Okay. Und jetzt habe ich noch eine allerletzte Aufgabe für euch. Okay. Jetzt wird es nochmal richtig schwierig. Wir denken an unsere Linie. Wir tippeln gleich wieder auf der Stelle. Und wenn ich Hopp sage, gehen wir nach unten. Oh ja. Springen nach oben. Sind immer noch hinter unserer Linie. Und rennen dann los. Okay. Und wir probieren diesmal mit unserem Knie auf die Blübberwolle zu tippen. Alles klar? Alles klar. Okay. Macht alle mit. Los geht's. So schnell wie es geht. So schnell wie es geht. Los. Okay. Super, Albatross. Hast einfach weiter gemacht. Weiter geht's. Was habe ich gesagt? Du hast losgesagt. Stimmt. Und schneller, 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 schneller. Hopp. Und ganz schnell wieder zurück. Super. Ich glaube, ihr seid jetzt richtig gut vorbereitet, oder? Also ich schwitze schon ein bisschen. Meine Wangen sind glaube ich ganz rot. Dann können wir unsere Blübberwolle jetzt erstmal beiseite packen. Die brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Ihr könnt mal kurz tief durchatmen und euch jetzt schon mal ganz kurz erholen, bevor es weitergeht. So, wenn ihr jetzt noch nicht genug hattet von unserem Spiel, dann spult einfach nochmal kurz zurück und dann könnt ihr das Ganze gleich nochmal machen. Ich glaube, Stefan und der Albatross, ihr seid schon gut außer Atem, oder? Wir haben einiges gemacht auf jeden Fall. Also ich muss erstmal durchschnaufen. Na gut, dann machen wir jetzt weiter und schütteln uns erstmal eine Runde aus. Okay. Lauft durch euer Zimmer, einfach mal Beine, Arme, alles ausschütteln. Die Hände locker machen und die Oberkörper. Aber wirklich, also diese Blübberwolle, mir geht das nicht aus dem Kopf. Irgendwoher kenne ich die doch. Blüb, 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 blübberwolle. Ach, ich hab, ja doch, ich glaube, ich weiß es. Aber ich würde es toll finden, wenn ihr da auch mal schreibt, was ihr da, was ihr denkt. Blübberwolle. Das klingt schon so witzig. Blübber. Wolle. Blübberwolle. Okay. Naja. Mal gucken. Aber ich glaube, wenn das wirklich so eine anstrengende Reise wird, wie der Albatros gesagt hat, sollten wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Wir sollten, oder wir wollen ja fliegen, wir wollen klettern, wir wollen schwimmen und auch noch ein bisschen was für die Balance, für das Gleichgewicht machen, okay? Das klingt gut. Ich hab da ein paar Übungen. Okay? Okay. Am besten, ihr zu Hause stellt euch jetzt auch hin. Ich mach die einmal vor und ihr macht die dann gleich mit. So. Die Füße stehen auf dem Boden. Ihr könnt ganz locker sein in den Knien. Der Rücken muss ganz gerade sein für unsere Kinderstandwaage. Und jetzt geht der Oberkörper nach vorne. Genau. Immer schön gerade lassen. Der Popo geht ein bisschen nach hinten. Und ihr hebt die Arme an der Seite hoch. Genau. Und lasst die so. Die wollen wir ganz gerade lassen. sehr gut. Sehr gut. Auch einmal die Arme nochmal nach unten nehmen. Und jetzt nach vorne strecken. Immer auf den geraden Rücken achten. Stefan, wo soll mein Kopf hin? Der Kopf ist zwischen den Armen. Der soll immer zwischen den Armen sein, euer Kopf. Sehr gut. Mach mal die Handflächen nach unten und die Fingerspitzen nach vorne. Sehr gut. Und wieder nach unten. Und jetzt ein Arm nach vorne und ein Arm zur Seite. Kriegt ihr das hin? Sehr gut. Super sieht das aus. Und Albatros, den Oberkörper wieder ein bisschen weiter nach vorne, dass der Rücken gerade bleibt. Den Popo nach hinten. Du kannst die Knie ein bisschen einknicken. So, ist super. Perfekt. Sehr gut. Das war unsere Kinderstandwaage. Könnt ihr euch wieder normal hinstellen. Sehr gut. Jetzt setzt euch mal hin. Genau, ihr auch. Füße sind lang gestreckt. Eure Arme sind hinten aufgestellt. Und jetzt wollen wir paddeln. Das machen wir so, dass wir die Füße hochheben. Die Beine lassen wir gestreckt. Und dann paddeln wir. Genau. Ihr macht gleich mit. Die Füße strecken. Sehr gut. Wenn es zu schwierig wird, der macht die Knie auch einmal so ran. Sehr gut. Da kann man ein bisschen ausruhen. Und wir paddeln nochmal. Sehr gut. Um das ganz schwer zu machen, legt euch auf den Rücken. Und nehmt nur die Beine hoch und paddelt dabei. Ganz gerade lassen. Oh. Genau. Du kannst dich auch wieder normal hinsetzen, Albatross. Ihr zu Hause auch. Ihr könnt euch normal hinsetzen und weiter paddeln. Sehr gut gemacht. Auch nochmal so. Jetzt haben wir schon zwei Sachen gemacht. Die nächste Sache, die wir machen wollen, ist unser Mountain Climber. Das heißt, ihr stützt euch auf, wie in den Liegestütz. Und jetzt zieht ihr immer einen Fuß zwischen die Arme und setzt ihn wieder auf. Genau. Macht das schon mal. Sag mal, Stefan Mountain Climber ist aber nicht deutsch, oder? Was heißt das denn auf deutsch? Weil wir hochklettern wollen. Wir wollen den Berg hochklettern. Ach so. Und wer will, der kann das auch schon ein bisschen schneller machen. Genau, dass die Beine quasi fliegen. Und wer noch mehr ausprobieren will, der macht das immer noch langsam. Achtet wirklich drauf, dass die Beine immer so nah wie möglich an die Ellbogen rankommen. Sehr gut. Okay. Einmal noch absetzen. Wollen wir das mal ganz schnell versuchen? Ganz, ganz schnell. Okay, nochmal in den Stütz. Wir machen nochmal den Mountain Climber zusammen. Okay, Albatross? Genau. Und wir fangen an. Die Beine ganz schnell bis zu dem Elbow. Super. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay, stopp. Sehr gut gemacht. Hoher Berge. Das war ganz schön anstrengend. Ja. Wenn wir den Berg hochlaufen, das wird immer ein bisschen anstrengender. Okay. Die nächste Sache, die wir machen wollen, ist unsere Schulterbrücke. Okay. Dazu legen wir uns erstmal auf den Boden. Arme an die Seite. Die Füße werden aufgestellt. Und jetzt geht der Popo nach oben, so dass nur noch die Schulterblätter aufliegen. Und eure Füße, eure Hacken, die werden ganz toll in den Boden reingepresst. Richtig nach unten. Und ihr zieht die Hacken zum Popo hin. Oha. Okay. Da ist ja viel Spannung. Genau. Wenn ihr das macht, dann merkt ihr das richtig im Oberschenkel. Das hier hinten im Oberschenkel. Da zieht das richtig. Dazu müsst ihr aber wirklich die Füße ganz doll in den Boden reindrücken. Super. Und zu eurem Popo hinziehen. Das merkt man richtig doll, oder? Ja. Sehr gut. Das halten wir auch noch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay. Ihr könnt das wieder ablegen. Oh, ist da jetzt ein Loch? Ja. Ja, hab dich richtig tief eingegraben. Ich komme auch schon wieder ein bisschen ins Schwitzen. Eine Übung haben wir noch. Und das ist unsere Superwoman. Bei der Superwoman. In den Vierfüßlerstand. Und wir können einen Arm hochheben. Oder den anderen. Das könnt ihr abwechselnd machen. Oder das Bein nach hinten strecken. Zieht die Fußspitze an, sodass ihr das in der Wahne merkt. Okay. Dann wollen wir das auf einmal ausprobieren. Ihr könnt das selber machen. Ihr könnt auch abwechseln, wenn ihr wollt. Aber dann den einen Arm und das andere Bein, oder? Genau. Immer gegenüber gesetzt. Genau. So. Super. Okay. Jetzt nochmal wechseln. Oh, ich glaube, ich merke, dass ich größer werde. Ja, ihr müsst euch richtig strecken. Ja. Super, Albatross. Okay. Noch jede Seite einmal. Und. Genau. Super. Okay, setzt euch ganz kurz hin. Das war richtig gut, wie ihr das gerade gemacht habt. Dass ihr da auch genau zugehört habt. Das war wieder nochmal anstrengend. Ich schwitze. Für mich ist das Kopf ein bisschen rot geworden. Sehr gut. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen uns noch ein bisschen dehnen. Okay. Dazu machen wir als erstes den Kugelrücken. Ich zeige euch den Kugelrücken vor. Und ihr macht dann einfach mit. Okay. Okay. Ihr zu Hause natürlich auch. Okay. Kugelrücken. Ihr legt euch auf den Rücken. Die Knie so nah wie möglich an die Brust dran. Auch festhalten. Kopf ein bisschen nach oben. Das Kinn. Und dann ganz nah ranziehen. Dass euer Rücken krumm wird. Genau. Albatross versucht das auch einmal. Hinlegen. Genau. Super. Dann könnt ihr ein bisschen nach links oder nach rechts. Die Seite könnt ihr euch aussuchen. Das Kinn richtig nach oben und den Kopf. Super. Merkt ihr, euer Rücken ist ganz rund wie eine Kugel. Jetzt nochmal richtig ranziehen die Knie. Sehr schön. So. Jetzt kommt noch eine Dehnungsübung. Nochmal hergucken. Die haben wir auch ganz oft gemacht. In den Vierfüßlerstand. Und wir sind am Anfang wie eine Katze. Die Katze. Was hat die gemacht? Einen ganz runden Rücken. Genau. Die hat den Rücken ganz rund gemacht. Einmal aufstellen. Genau. Albatross. Und einen ruhenden Rücken. Und die Kuh. Die lässt ihren Bauch durchhängen. Atmet dabei ganz ruhig. Einmal einatmen und ausatmen. Ganz tief. Und der Rücken geht wieder nach oben. Wir sind wieder eine Katze. Guckt dabei auf eure Knie oder auf eure Fingerspitzen. Und der Bauch hängt noch einmal durch. Wie bei der Kuh. Sehr schön. Genau. Den Kopf da ein bisschen in den Nacken. Puh. Also, wie gesagt. Ich bin richtig fertig. Albatross. Das hast du wieder super gemacht. Hast du eine super Reise mitgebracht. Du fliegst los. Tschüss. Danke für die Blübberwulle. Genau. Apropos. Unsere Blübberwulle hole ich mal nochmal her. Genau. Wir haben uns das ja jetzt erstmal verdient. Dass wir uns erstmal ganz entspannt hinsetzen. Setzt ihr euch auch alle zu Hause hin. Legt euch ruhig hin. Ruht euch ein bisschen aus. So. Ich bin immer noch nicht drauf gekommen. Noch nicht so ganz. Aber, wie gesagt. Ich glaube, ihr habt die perfekte Idee wieder, wo unsere Reise hingeht. Wo der Albatross mit uns hin will. Ich weiß eigentlich nur, dass es eine wirklich aufregende und sportliche Woche wird wieder. Und die besten Ideen kommen eh immer von euch. Von daher, sagt uns mal, was ihr denkt, wo es hingeht. Malt es auf, schreibt es in die Kommentare, so wie ihr das wollt. Okay? Und wir rätseln noch ein bisschen weiter. Und euch sehen wir dann morgen wieder zur nächsten Albers täglicher Sportstunde. Tschüss.